Also ich mache BK im Ausweiss-Golfturnier mit und ich finde es cool, dass wir mit anderen Leuten zusammenkommen, die gleich denken wie ich, die unternehmerisch denken, aus anderen Gebiet sind und wir können Synerien diskutieren. Das ist eine schluckere Ambienz auf Springtuckers. Dauernd, ja. Also ich bin im Golf immer mit anderen Leuten zusammen und es gibt neue Kontakte. Vielen Dank.